Ich bin sehr gespannt auf die Münchner Löwen, die hatten ja ein Spiel Pause, wenn man so will, das erste Mal. Aber Wrenetzi ist da immer aufmerksam und in der Spur. Schibnowski, andere Seite. Winzheimer startet ein, Winzheimer. Macht er klasse, Biakadi schon so, der Linie führt es. Was für ein Spielzug der Arminia, Winzheimer, der hier stabil bleibt, nicht auf den Elfmeter hofft, Biakadi sieht, der trifft den Perfekt nicht zu halten für Richter. Und wie sagt man dann im Kommentatoren-Sprech, aus? Oh, Klos ist durch, Klos ist durch und macht das 2-0! Arminia Bielefeld versprüht pünktlich zum Winter. Langer Ball aus der Kette und dann zerlaht mit dem Fauxpas. Klos ist durch, legt sich den Ball, schippt ihn sich vorbei, gerade noch so, dass er ihn ins Tor schieben kann. Siebter Saisontreffer für Fabian Klos, dem hier starke Genulao. Jetzt mal, 3 gegen 3, Erol Genulao. Schröter, macht er stark, Pfosten! Und Kersken ist dran! Wann ist Essenszeit? Jetzt vielleicht! Das ist eine klare rote Karte und eine absolute Dummheit. Zurückwerfen, aber da darf er natürlich nicht so agieren. Technischer Fehler und dann muss er einfach die Hand weglassen und darauf vertrauen, dass er ihn entweder noch irgendwie abläuft. Tor war frei. Und daher gibt es nur eine einzige Entscheidung und die ist rot. Julian Gutau. Gutau! Auch der ist nicht drin! Du wirst wahnsinnig als Löwe! Knie hat will den Abpfiff und er bekommt ihn! Und hören Sie mal, was hier los ist! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.